Ah, da steht er ja. Mein kleines Ding. Jawoll! Fick dich! Ich hab behupt, du Mongo. Ja, wieg mal schön tote auf der Hupe. Fast. Was ist das da vorne? Was machen die? Ich glaub, das sind unsere Kontaktmänner. Meinst du? Ja. Ja, definitiv. Ja, die Karre ist super geparkt. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Wie, du darfst das nicht. Wieso, wir müssen uns verteidigen und nicht uns verstecken, ey. Also, ich vermisse irgendwie, dass hier Leute aus der Hupe schmeißen und durch Neue ersetzen. Ja. WTF, ich hab hier nur ein Standbild. Ah, da musst du klein tappen. Nein. Äh, ich hab einfach bloß hier die... Komische... Nein, ähm... Irgendwie steht da... Drück mal Alt, Alt und Tabulator. Ich weiß, aber... Ich hab hier immer noch so von der Lade... Von der Lade... Von der Lade, so... Wenn du sagst, das Bild... Das Hintergrundbild... Und... Und... Weiß, Alt, Tabulator drücken, wieder groß machen. Ich kenn den Bug. Mal Trap minimieren... Ähm... Nö. Und dann wieder groß machen. Ja, ich glaub, ich schick dir danach einfach mal das Video. Ich seh halt einfach gar nix. Ich hab hier nur meine Mini-Karte. Und... Und... Depp mal v... Faaack! Na, du musst das Spiel klein machen. Ja, hab ich doch schon. Mehrfach. Hier funktioniert's ja jetzt. Alter, ich hab da wirklich gar nichts mehr gesehen. Was ist das? Die kommt einfach so weg. Und ich guck einmal um die Ecke. Bumm tot. Nee, oder? Alter, Alter, Frau. Du musst dein sterben. Ist so. Fahrrad. Gib... Gubi! Danach trinkt man Pisswasser. Problem ist bloß. Wir haben den kaputt gefalt. Das sind noch 800 Meter. Und Baum. Und steig, ob wir den haben. Steig nochmal raus. Fuck, dass ich wieder komm. Das sind die Kollegen. Steig ein. Nein! 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 Echt? Was ist das denn jetzt? Erstmal wieder. Munition. Panzer rum. Nein! 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 Wow! Das war ein Rapp! Ich hab da oben zwiegen und geschenkt gelassen. Egal. Scheiß drauf. Warte Fucke! Ich kann doch so zeigen! Und habs doch. Was machst du? Bleib doch stehen! Ich muss hier. Geht doch. So einfach könnt's sein. So einfach geht's auch. Das elendisch lange schwarzer Bildschirm. Oh, nein. Noch nicht. Erstmal so komplett blutverschmiert diese zwei Karten auf den Tisch schmeißen. Ich hab gold! Du hast bronziert. Ach guck. Ey. Jetzt bin ich mehr blaber. Ach guck. Machen wir jetzt weiter. Ja. Hä? Ja? Wie geil das ist. mit fettigen, ekela verschmierten Fingern auf die ekela verschmotterte Tastatur. Wenn man da einmal mit so einer speziellen Anlösung, so mit dem Eben, schau einfach einmal drauf, dann kannst du quasi dazuschauen, wie die Pilzkolonien wachsen. Selbstgemachte Leiden. Hey, und mein Bild hängt wieder. Geil. Ja, fahrt alle mit einem Knäschkagen. 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 Was kann er? Er kann Sarge schlagen. Mit einer Häusung von 2000 PS. Ich muss dir dir mal vorstellen, so ein Androge mit 2000 PS. Die Sarge hast du ja Instant Butter. Geil. Warum schießt du auf den? Warum? Ein Arschloch ist und töte ich jetzt. Das wird auch einfacher, Herrgott. Warum kann er noch zerstören? So geht das. Noch irgendwas zum Abschluss sagen? Für das Video? Dann würdet ihr mich in den Cut machen? Ihr nehmt mir ne Mist, ich fing an, ich fiste. Ich hab jeden Fall noch mitgebrocher. Whisper. Vielen Dank.